Schule. Wir müssen immer abliefern, ganz egal wie es uns gerade geht, ganz egal ob wir gerade Lust haben und ganz egal wie unsere mentale Gesundheit gerade aussieht. Und das ist wirklich schwer, weil ich hatte auch schon Klausurenphasen, wo es mir mental nicht gut ging. Ich hatte auch schon Tests und Vorträge, wo mein Stresslevel wirklich da oben war und es für mich total schwierig war, irgendwie klar zu kommen. Und es ist ganz wichtig, erstmal zu wissen, dass Gesundheit immer vorgeht. Es ist immer wichtiger als Schule, es ist wichtiger als Adenoten und es ist wichtiger als jeder Test. Das ist klar. Heute möchte ich euch mal einige Tipps mitgeben, die mir geholfen haben, mich wieder zu resetten, mich ein bisschen besser fühlen zu lassen und vor allem meinen Stress und meine schlechten Gefühle ein bisschen zu ordnen und dann eben zu überkommen, sodass ich dann lernen kann. Ich zeige euch heute ganz genau, wie ich immer aus einer schlechten Phase rauskomme, werde euch auch exklusive Journal-Techniken zeigen, die ich immer anwende, um meine Gedanken zu ordnen. Vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr mehr nach diesen Videos sucht. Waren auf meinem Kanal kommt hier jede Woche ein neues Video mit Tipps zum Thema Schule, Lernen, Produktivität und Organisation. Das sind alles keine 15 Tipps, das sind wirklich Tipps, die mir geholfen haben, zu einem 1,0-Durchschnitt zu kommen und ich hoffe sehr, dass ihr auch dabei was mitnehmt. Viel Spaß mit meinem heutigen Video. Wichtig dabei zu sagen ist auch, dass ich natürlich keine Therapeutin, keine Ärztin bin, ich bin keine professionelle Expertin hier auf dem Thema, ich teile nur meine eigenen Erfahrungen und falls ihr wirklich Probleme habt mit mentaler Gesundheit oder mit anderen psychischen Erkrankungen, bitte geht zu einem professionellen Menschen, der sich damit besser auskennt. Als allererstes versuche ich meinen Gedankenchaos ein bisschen zu stoppen, weil ganz oft verlieren wir uns irgendwie in Gedanken, die alle nur Angst erzeugen und die uns gar nicht weiterhelfen. Ich versuche immer so ein bisschen Achtsamkeit reinzukriegen, um mich in den Moment erstmal zu stoppen. Dabei habe ich zum einen die 5-4-3-2-1-Methode. Bei dieser Methode versuchst du für jede Zahl verschiedene Sinne zu aktivieren. Das heißt, du versuchst zuerst mal 5 Dinge aufzuziehen, die du sehen kannst in dem Raum. Dann 4 Dinge, die du fühlen kannst gerade. 3 Dinge, die du hören kannst. 2 Dinge, die du riechen kannst. Und eine Sache, die du gerade schmeckst. Und so aktivierst du alle deine Sinne und platzierst da Achtsamkeit drauf und bist wieder im Moment, wenn wir das gerade gucken, wenn wir gerade gucken, okay, was sehe ich, was fühle ich, was höre ich, sind wir in dem Moment und können erstmal unsere Gedanken ein bisschen ordnen und vor allem diese Gedankenspirale erstmal stoppen, was ganz wichtig ist. Wenn ich das gemacht habe und erstmal wieder in den Moment angekommen bin, fange ich an, erstmal wieder in den Flow zu kommen. Weil es geht eigentlich nicht, dass wir dann direkt anfangen zu lernen, uns von 0 auf 100 erstmal hinsetzen und dann direkt unsere ganze, was weiß ich, Hausarbeit schreiben oder so, wie auch immer. Ich versuche wirklich langsam in den Flow zu kommen und das mache ich zum einen mit Aufräumen. Aufräumen hat für mich sehr viele verschiedene Vorteile. Zum einen natürlich, dass ich erstmal so ein bisschen in den Flow komme, wie ich gerade schon gesagt habe, aber auch, weil ich finde, dass dein Raum, deine Umgebung, dein Zimmer total deinen Kopf widerspiegelt. Und wenn es unordentlich ist hier, kann ich mich nicht konzentrieren. Dann habe ich die ganze Zeit den Drang erstmal aufzuräumen, bevor ich andere Dinge machen kann. Und deswegen räume ich auf jeden Fall immer erstmal auf und brauche erstmal eine cleane Umgebung, dass ich mich wieder wohlfühle. Und ich fühle mich gleich schon so ein bisschen accomplished, gleich schon so ein bisschen, dass ich was erledigt habe, dass ich was geschafft habe, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt doch in der Lage, irgendwas zu machen. Und ja, komme dann viel einfacher in die Aktion dann weiter. Danach gehe ich meistens duschen. Ich fühle mich dann immer so, als würde ich die ganzen Sorgen erstmal irgendwie abwaschen. Und wenn ich Entscheidungen treffe, for real, ich mache das immer so, bevor ich wichtige Entscheidungen treffe, gehe ich immer duschen, ich schlafe nur darüber, ich esse was und ich trinke was und ich gehe raus. Weil ich möchte nicht wichtige Entscheidungen nur aus Emotionen raustreffen. Und deswegen möchte ich immer so einen Schritt zurückgehen, erstmal überlegen. Deswegen sage ich mir doch immer mal so, in der Nacht drüber schlafen. Bei mir ist es immer so, auch erstmal duschen gehen, weil ich finde, das reinigt voll meine Gedanken. Vielleicht ist es was Persönliches, vielleicht hilft es euch auch. Dann sind wir jetzt achtsam, haben unsere Umgebung aufgeräumt und fühlen uns gleich ein bisschen cleaner und besser. Jetzt müssen wir uns um unsere Gedanken wieder kümmern, weil klar, wir haben immer noch vielleicht schlechte Laune, wir haben sehr viel Stress, wir haben sehr viel, was in unserem Kopf ist. Was ich da mal mache, ist ein Braindump. Also alle Dinge aufschreiben, die in meinem Kopf drin sind. Ohne Witz, ich dachte auch erst, dass es irgendein totaler Quatsch wäre, weil ich weiß ja eh, was alles in meinem Kopf drin ist und ich kann es auch immer im Kopf irgendwie verarbeiten, dachte ich zumindest. Aber es ist wirklich viel einfacher, wenn du alle Dinge erstmal aufschreibst. Du nimmst dir einfach ein Blatt oder ein Tagebuch, was auch immer und schreibst da alle Dinge auf, die gerade in deinem Kopf sind. Das können gute, aber auch schlechte Dinge sein und es werden dann wahrscheinlich vor allem eher Dinge sein, die dich stressen. Zum Beispiel irgendwie Mathehausaufgaben. Und was ich am Ende mache, ist Dinge durchzustreichen, die egal sind, die ich lösen kann. Ich mag nicht den Mathetest schreiben. Dann denke ich drüber nach und weiß, okay, ich werde den eh irgendwie hinkriegen und wenn nicht, dann ist es egal, weil es ist nur eine Note. Und dann kann ich es durchstreichen, weil es ist im Endeffekt egal. Und weil ich dann alles durchstreiche, was egal ist oder was nicht so relevant ist oder was eine Lösung hat, bleiben im Endeffekt nur ganz, ganz wenige, wahrscheinlich sogar eher gar keine Dinge übrig. Und das hilft irgendwie voll, sich zu visualisieren, was eigentlich wirklich gerade wichtig ist oder was eigentlich wirklich gerade irgendwie schlecht in deinem Leben läuft. Es wird auf jeden Fall Dinge geben, die du nicht ändern kannst. Das ist klar, das gibt es eigentlich bei jedem Menschen. Aber so relativierst du das alles ein bisschen und weißt, nicht alles ist schlecht gerade. Dann habe ich verschiedene Journal-Techniken, also verschiedene Methoden, wie ich Tagebuch schreibe, um mich ein bisschen runterzufahren und alles so ein bisschen zu relativieren und zu verbessern. Zuerst mache ich mir eine Tabelle mit zwei Spalten und links schreibe ich alle Dinge, vielleicht ist es rechts, ne? Dann links schreibe ich, oder? Ist es gespiegelt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auf die eine Seite schreibe ich die Dinge auf, die meine Probleme sind, über die ich mir gerade Sorgen mache. Also das ist eher so eine Journal-Technik, wenn man sich Sorgen über irgendwas macht. Und dann schreibe ich auf die andere Seite, warum es Quatsch ist. Warum ich mir darüber gar keine Sorgen machen muss. Und no joke, man findet das eigentlich fast für alle Dinge, über die man sich Sorgen macht. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich das gemacht habe, war das, weil ich Nachhilfe genommen habe, bei einer Sprachenlehrerin. Das habe ich freiwillig gemacht, also neben der Schule, weil ich einfach nur eine weitere Sprache lernen wollte. und ich hatte vor dieser Stunde einfach so Angst, weil ich mir dachte, ich habe mich so blamieren vor dieser Nachhilfelehrerin, weil ich die Sprache einfach nicht kann. Dann habe ich aufgeschrieben, ich habe Angst, dass ich mich blamiere. Und dann habe ich aufgeschrieben, warum es Quatsch ist. Und ich habe dann so viele Gründe gefunden, warum es eigentlich Quatsch ist. Zum einen, sie juckt es nicht, sie wird dafür bezahlt, dass sie doch egal, wie ich performe, sie weiß, dass ich Anfängerin bin, dass ich sowieso nichts kann. Dann, ich bin darum zu lernen, es wird mir nur helfen. Wenn man das Ganze so mal betrachtet und rationalisiert, merkt man, es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt. Dann haben wir die Probleme jetzt so ein bisschen verarbeitet und ein bisschen relativiert, aber trotzdem haben wir noch keinen Bock zu lernen. Das verstehe ich auf jeden Fall. Klar, wir sollten auch versuchen zu lernen ohne eine Motivation, weil wir brauchen einfach so eine intrinsische Motivation, dass wir einfach anfangen wollen. Und die kriege ich meistens dadurch, beziehungsweise muss man sich länger aufbauen, durch Ziele. Das heißt, ich gucke immer auf mein Versionboard und weiß dann, was meine Ziele im Leben sind, was ich erreichen möchte dieses Jahr, in den nächsten Jahren, was generell, was ich für eine Person sein möchte. Und das hilft mir so ein bisschen, wieder meine Vision im Kopf zu haben. Und dann möchte ich auch eher lernen. Deswegen sollte man sich dann eher fragen, warum möchte ich jetzt eigentlich lernen, worum ist es wichtig und dann mit dem nächsten kleinsten Schritt anzufangen, den du gehen kannst. Falls du auch ein Versionboard machen möchtest, kann ich dir dieses Video hier empfehlen, da habe ich dir alles genau erklärt und dich mitgenommen bei meinem Visionboard-Prozess, weil ich habe gelernt über die letzten Jahre, dass ich meine Visionboard sehr lange falsch gemacht habe und ich dieses Jahr aber einem Trudel angewendet habe, die mir sehr geholfen hat, dass ich dieses Jahr ein wirklich effektives und gutes Visionboard habe. Guck es dir gerne an, viel Spaß dabei und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!